Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Flurspiegel. Das High-End-Produkt in unserem Flurspiegel-Test geht an den Nielsen Flurspiegel. Wandspiegel von Nielsen Home für ein schönes Ambiente und Zuhause. Sie erhalten einen hochwertigen Dekospiegel-Made in Germany. Das Profil aus Aluminium in bester Qualität ist zeitlos modern. Verleihen Sie Ihrem Raum das gewisse etwas mit einem funktionalen sowie dekorativen Spiegel. Rahmenspiegel lassen sich zum Beispiel hervorragend mit anderen Wanddekorationen kombinieren. Die Starspiegel sind erhältlich in Silbermatt und Graumatt. Das kupferfreie Spiegelglas ist hochkorrosionsbeständig und wurde nach den N1036 produziert. Der Spiegel wird rückseitig in den Aluminiumrahmen geklebt. Der Spiegel wird mit einem Aufhängerset inklusive Montageanleitung, Aufhänger, Schrauben, Dübel und Schaumstoffpads zum Wandschutz geliefert. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der A-Home Flurspiegel. Vollständig entworfen und hergestellt in unserem Unternehmen in Italien. Rahmen mit synchroner Oberfläche. Die Maserung kann bei Berührung gesehen und gefühlt werden. Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Größen 60x60x90x60 120x60 Rahmen Profilbreite 7 cm. Spiegel mit hohem Reflexionsindex und erster Qualität in Italien hergestellt. Mirror Safe Schutz garantiert die Sicherheit des Benutzers bei Spiegelbruch. Dank des leicht verstellbaren Doppelsatzes ist es möglich, den Spiegel sowohl horizontal als auch vertikal zu installieren. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Flurspiegel-Test ist der Multistore Flurspiegel. Dieser weiße Flurspiegel verleiht jedem Wohnraum eine einladende und gemütliche Atmosphäre. Egal wo dieser zeitlose Spiegel aufgehangen wird, dieses Wohnaccessoire setzt Ihr Spiegelbild eindrucksvoll in Szene. Wandspiegel im modernen und klassisches Design, der zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt. Sie können es in Schlafzimmer, Wohnzimmer, Eingang, Badezimmer, Flur und so weiter stellen. Material, Ganzkörperspiegel aus hochwertigem Material ist robust. Der Spiegel hat eine Höhe von K6 und 90,5 cm, eine Breite von K6 und 30,5 cm und eine Tiefe von K2 cm. Unkompliziert, mit unserer Universalaufhängung können Sie unseren Spiegel einfach an die Wand hängen, verschieben oder eine beliebige Höhe wählen. Sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Aufhängung ist möglich. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.